Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Video von mir. Heute sind wir bei Tag 2 meiner Christmas-Reihe und zwar geht es heute um die Room-Decoration bzw. um die weihnachtliche Dekoration oder Christmas-Decoration. Ihr seht hier im Hintergrund schon Sachen, die habe ich schon hingestellt und die wollte ich jetzt nicht mehr so abräumen, weil ich die unglaublich schön so finde, wie es so angeordnet ist mit dem Baum und den Bildern. Ich zeige euch jetzt mal hier noch die ganzen Sachen, die ich habe. Genau, hier blende ich euch mal so ein Video ein von den Sachen, die ich alle habe, über Wandschmuck, über Sachen, die ich ans Fenster hänge, Kerzen, whatever, zeige ich euch alles. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis dann! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020